Grüße liebe Autofahrer und Autofahrerinnen. Ich bin Parkwächter hier im zweiten Bezirk am Handelske. Und hinter mir ist eigentlich zu sehen, die Parkgarage ist leider leer. Ich habe keinen Haken und mir ist stehen gefahren. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn keine Autos da sind, kriege ich kein Gehalt. Das ist das Scheiße. Umso mehr Autos da drin sind, umso länger muss ich hakeln. Das heißt, wenn jetzt mehr als 40 Autos drinnen sind, darf ich 48 Stunden hakeln durch. Ich weiß schon, der Mensch braucht auch einen Schlaf. Aber das ist mir scheißegal. Hauptsache ich verdiene dementsprechend. Das ist mir auch scheißegal. Ich und da ist mir das wurscht, weil dann leg ich mich zwischen zwei Wagen, zwischen zwei parkende Autos da drinnen rein. Parkwächter bedeutet nicht nur, dass man in einem Parkhaus ist. Parkwächter ist man ja Parkwächter für sein ganzes Leben. Also zum Beispiel da, wenn ich da schaue, den Handelske im Klang. Also frisst mich echt da nicht, dass ich die nicht bewachen darf. Weil die Autos gehen mir nix an. Ich bin Parkwächter in einer Parkgarage, in einem Parkhaus. mehr oder weniger, wenn ich das sehe. Aber leider alles leider, weil es ist eine stichere Zeit. Deswegen ist mir sehr, sehr langweilig. Aber ich stehe deswegen trotzdem da auf Bereitschaft. Auf Bereitschaft kann ja sein, dass dann ein Auto reinkommt, die Parkgarage reingeschossen kommt und dann bin ich sofort da. Weil dann habe ich einen Spezialschlösser. Da kann ich sogar durch diesen sehr stabilen Gitterzaun hindurchkriechen. Stall aus der James Bond, das könnt ihr mir glauben. Und wie gesagt, ich warte halt immer wieder auf Autos. Und eben die Autos, die da parken, entlang des Handelske, die gehen mir nix an. Obwohl ich sie gerne wirklich bewachen, beschützen und auch bestrafen möchte. Weil ich möchte ja nicht, das ist ja nicht so. Wenn da einer reinkommt im Parkhaus und der stellt sich falsch hin oder was, oder er ist nicht genau drinnen zwischen den zwei Linien des Wagels, dann kann ich abstrafen, abstrafen. Weil sonst, da muss ein bisschen Geld auch ins Haus. Und, beziehungsweise, ich kriege dann eine Prämie und Zulagen. Zulagen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Streit mit einem Autolenker, der dem nicht zustimmt, das nicht unterstreben wird, dass er jetzt einen falschen Park da drinnen im Parkhaus, und dann gibt es hier eine Reihe rein. Hübschepot, ich komme schon an ein Gordnerfest, wenn er geteppert wurde. Dann hat er auch gesagt, was blöd gesprisst. Dann haben sie am nächsten Tag die Hausmaler müssen kommen, das Ganze in Blutflecken, wenn er mich wegwäsche. Aber zuerst, dann habe ich eine Prämie gekriegt, und eben die Gefahrenzulage, die Gefahrenzulage ist ganz wichtig. Ja, habe ich gesagt. Aber jetzt, da weiß ich sowas, haben sie reingeschissen stehen gefahren, ich weiß nicht warum oder was, aber es ist eine richtige Arschlochzeit. Aber vielleicht wird es wieder was, weil die Arschlocher alle draußen parken müssen. Die müssen ja alle draußen parken. Ja klar, das kostet schon was, was du da drinnen parken willst. Ich weiß nicht, ich glaube im Monat kostet es ungefähr 200 Euro, aber wurscht. Aber du bist sicher da drinnen, du bist sicher da drinnen, da draußen bist du nicht sicher. Da siehst du ja, der Auto, wenn der Arschlocher vorbeifährt, der steht unter Druck oder was, der fährt da rein, und dann ist die Graxen komplett demoliert. Wurscht. Also nur soviel zu meinem Job, also ich bin wirklich ein stolzer, stolzer Parkwächter, weil ich mein ganzes Leben, vielleicht ist ja der Parkwächter am Zentralsredo. Also, tut er jetzt dann. Grüße.